Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier am Tor zur vergessenen Stadt, verlorenen Stadt, irgend sowas. Da sind wir auf jeden Fall. Da muss man gucken. Wir sind auf der Suche nach unserem Vater. Ich habe keine Ahnung, was das da hinten für ein olles hässliches Vieh, diese Statue da sein soll. Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen Nacktschnecke und Frosch. Keine Ahnung. Wir springen einfach mal runter und schauen uns das Ganze an. So, das Wasser haben wir schon mal getroffen. Das ist zum Glück auch tiefer, als es von oben aus sah. Und da schwang sogar ein Fisch drin rum. Da weiß man gar nicht, wo man sich hier zuerst vernünftig umsehen soll. Oh. Aber hier war schon mal ganz gut, glaube ich. Ich würde gerne da hoch und mir da diese Ruinen anschauen. Ja, hast recht. Alle, hopp. Da kann man nicht tauchen. Da kann man nicht tauchen. Dann kommen wir da drüben wahrscheinlich auch nicht hoch, was echt schade ist. Vielleicht hätte ich da von oben einfach geschickt raufspringen können. Vielleicht auch nicht. Ich meine, wenn es halt nicht vorgesehen ist, dass man hier hochkommt, ist natürlich verdammt schade. Ja, geht's nicht? Interessanter. Irgendwie kann man ja gar nicht gescheit dran rumkrabbeln. Schade. Ach, da muss man sich nur ein bisschen strecken, dann kommt man da eigentlich hoch. Nun denn. Hallo? Icarus! Traitor. Grüß Gott, Kassandra. Willkommen in Atlantis. Atlantis? Impossible. Ich dachte, es war nur ein myth. Es gibt viele secreten in diesem Welt, die hinter dem Myth und Legend sind. Und wer bist du? Mein Name ist Pythagoras. Ich bin dein Vater. Pythagoras. Das macht keinen Sinn. Er hat sich seit Jahren verletzt. Ja. Er hat sich seit Jahren verletzt. Er hat sich seit Jahren verletzt. Und zwar, hier bin ich, vor dir. Und icharus ist... Ich bin mein älter und liebster Freund. Ich habe ihn verletzt, um über dich zu sehen. Und jetzt, hier bist du. Huh. Ich habe lange verletzt, um zu treffen, meinen Vater zu treffen. Du? Du hast nicht hierher gelegt, um eine Familie oder eine Union. Es gibt größere Dinge zu stecken. Warum habe ich hierhergelegt? Was ist mein Rolle in all of das? Ich will Antworten. Es gibt wissen, in diesem Ort. Einziger wissen. In the wrong hands, its secrets could bring about the downfall of humanity. We cannot allow others to discover this place. We must find a way to seal it from the world forever. I don't understand any of this. I'm a warrior, not a scholar. We all have a purpose, Cassandra. Yours was to help me protect the secrets of Atlantis. Hm. Das sind natürlich beides sehr extreme Antworten jetzt. And the artifacts to open them are missing. So I need to find the artifacts and return them to Atlantis. I've collected information that hits at where these artifacts may be located. However, they are incredibly powerful. They corrupt the minds of lesser people and possess a will to defend themselves. I'll bring them back. But I still have questions for you. And I have answers. For now though, take this. It's part of a key to access an artifact that is hidden in Viotia. I have an ally trying to find the second half as we speak. Hmm. Hmm. Ach, no. Viara! Vi found Atlantis! Atlantis? Let me check your vitals. You're delirious. We've been searching for an Esu artifact with reality bending powers and this bothers you? Wo wollen wir denn hin? Nach Terra? Also Santorin? Ich habe die Koordinaten. Die Reihe von Caves, die wir gesehen haben, sollte direkt unter mir sein. Meine Herzen ist bereit. Ich bin bereit für Dive. Leila, du hast keine Ahnung, was da ist. Es könnte Schöne sein. Ich mag es für Templars. Wir haben einen Augenblick für Obstärker. Gut, Leila. Danke. Ich gehe jetzt runter. Es muss einen Weg in sein. Ich finde ihn. Genau. Ein Boot steht unter Wasser oder auch nicht. Das ist vielleicht Schrödinger, das Boot. Terra wurde ja tatsächlich schon öfter mit Atlantis in Verbindung gebracht. dadurch, dass er untergegangen ist und Atlantis untergegangen ist und so weiter und so fort. Das ist alles. Das muss sein. 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 Ich muss nicht auf einem Boot sein, um zu benötigen zu sein. Ich habe viele Informationen über die älteren Griechen. Wann du wissen, dass in Zakros, das der Minoans so groß gebaut wurde, dass er so groß ist, dass sie die Ravine der Mitten den Todes geknommen wurden? Bist du, dass wir nicht über die Mitten sprechen? Also wenn die Quallen hier nicht wären, wäre es echt cool. Abgesehen davon, dass es hier scheinbar gar nichts gibt, muss ein paar Black Smoker, wenn ich sage ein paar, dann könnten das auch durchaus ein oder zwei mehr sein. Aber abgesehen davon gibt es ja erstmal nichts Auffälliges. Das war's für heute. Lustig, dass sie die Maske nicht einfach absetzt. Oh, hi. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nice tactic. No one at Abstergold will be stupid enough to stick that in a computer. They don't have to. It's a shell holding one of my special RFID transmitters. Get it anywhere near a workstation, like say, in the head of security's office and boom. Impressive. All in a day's hack. Na, da sind wir doch schon. Wow. Wow. That's more elaborate than I could have imagined. Wie haben sie all das gebaut? Was ich will für eine Isu-Toolbox? Das ist anders aus der Ägypten. Es gibt elementen Aesthetischen, aber... Ist da unten Sternenhimmel drauf abgebildet? Nee. Nee, glaub nicht. Ja. Ich muss aus diesem Diving-Soup gehen, bevor ich anfangen. Es ist echt. Ich habe es geschafft. Leila zu Altair, auch? Ich bin in. Ich bin in. Du hast du visualen? Ja. Bei den Gästen, Leila. Es ist Atlantis. Wie fühlst du dich? Ich bin in. 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 � Welt. Ich bin in. Ich bin in. Ich bin in. Du выглядdest du schiefst auf den Felsen. Ich darfst. Ich mache deine Re-Transmikaner. Du sprachst. Du sprachst für uns nicht. Ich bin wie du. Ich bin niemals fertig, aber ich werde nicht mehr Teil sein. Das ist deine Exploitation. Those who came before, they speak to us and show us revelations. Though these words of disapproval are troubling. The gods have argued before. Athena and Poseidon competed for Athens. I wonder if Aletheia won't control of this place. This place holds the answers to humankind's salvation. I'm sure of it. I know there's not much time, but I need answers. I imagine you have many questions. I have questions about my family. The sentimental and emotional connections formed between people have always irked me. I knew Mirini would fail to stay attached. Why did you come here and leave my mother and me in Sparta? I was never going to erase you. Our duty was to continue our ancient bloodline and ensure there was someone strong enough to do what was necessary when the time came. You could have brought us here with you. And you would have been unprepared. If you've been here all these years, how did you meet my mother? We are both descendants of the people who built this place just like you. We knew that we had an obligation to preserve our lineage. That's when you agree to make me. In a manner of speaking, yes. Why is the cult hunting our family? It is our families destiny to control the power in this place. In our blood lies the key to unlocking the secrets of Atlantis. So they want our blood? You have a destiny, my child, to destroy the cult and their influence on the Greek world. You threaten everything they have striven for because you have the power to oppose them. They've tried to destroy me and failed. And they'll never control me. That's all I wanted to know. I want to know more about Atlantis and your work. There isn't enough time for me to explain even a fraction of what I have learned here. All I can offer for now is a hint of enlightenment. You call it Atlantis. But what exactly is this place? I believe it was a city long ago. A place where beings of great knowledge and power lived before humankind had built even its first primitive settlements. It was perhaps some kind of library where the ancient ones stored information. This place is like a tomb. How did you live down here and for so long? This artifact, like your spear, possesses incredible power. It has given me life so that I may continue to learn from this place. What have you been studying here? Everything. The first civilization's history, their culture, their science. With it, we can change humanity's destiny and usher in an age of enlightenment. Destiny is something only the gods can alter. They were gods. Living, breathing gods. I've heard enough. What do I do with the artifacts? Just place them in their corresponding stillies and the path to answers will illuminate. I should go. Yes, there is much to do. Bring back the artifacts quickly. The longer we wait, the greater the risk of Atlantis being discovered. Oha. Ja, schöne Sache. Okay. Also hier die Säule ist schon verschwunden tatsächlich. Da fahren wir jetzt hier so ein bisschen ein Umriss. Ich überlege die ganze Zeit, ob das so ein Teil der Nordküste von Afrika ist da. Hm. So, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Harp hier. Würde ich sagen. Hier, das ist wahrscheinlich ein Zyklopener. Auf den Zyklopen sind wir ja schon mal getroffen, ohne an ihn ranzukommen. Und hier, das scheint die Medusa zu sein. Eine, äh, Gaugo. Okay, und dann haben wir hier drüben aber noch so Seitenkammern. Oh, das sieht schon echt krass aus. So, wie komme ich hier wieder raus? Ja, tatsächlich. So eine Art Bibliothek vielleicht. So eine Art Bibliothek vielleicht. Was kann man sich denn da alles anhören? Ich würde sagen, das finden wir beim nächsten Mal raus. Für heute war es schon ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen. Aber wenn wir hier noch zwei so große Seitenkammern haben, voller Informationen, dann schaffen wir das heute auf keinen Fall, uns alles noch anzuschauen. Also erstmal ein bisschen durchatmen, kurz schnaufen und dann machen wir morgen weiter. Mit dem absoluten Informations-Overload. Und ich hoffe, dass da so ein bisschen geschichtlich, ne, ein bisschen was rumkommt. Und es soll, es gibt ein Atlantis DLC, auf den habe ich gerade auch so ein bisschen Lust bekommen, muss ich sagen. Je nachdem, wie gut es hier gemacht ist. Schauen wir mal. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und mit mir so ein bisschen die Bibliothek, wie ich vermute, von Atlantis erforscht. Macht's gut und bis dann. Ciao.